Am 25. April öffnet die Sächsische Landesausstellung zur Industriekultur ihre Pforten. Die Zentralausstellung begrüßt die Gäste im Audi-Bau in der Zwickauer Audi-Straße. Doch wie kommen auswärtige Besucher dorthin? Die Veranstalter rechnen mit mindestens 100.000 Besuchern vom 25. April bis zum 1. November. Das macht rein rechnerisch über 500 Gäste pro Tag. Ohne Schließzeiten gerechnet. Sehr viele davon werden mit dem ÖPNV anreisen. Wer aus einer anderen Stadt nach Zwickau fährt, kommt in den meisten Fällen am Hauptbahnhof an. Dort stellt sich dann die Frage, wie man am besten in die Audi-Straße nach Pölbitz kommt. Denn dort, in der Hausnummer 9, ist die Zentralausstellung. Vom Hauptbahnhof aus könnte der Reisende in die Regionalbahn 30 einsteigen. Vom Hauptbahnhof ist es genau eine Station und zwei Minuten Fahrzeit. Und schon ist man in Pölbitz. Vom dortigen Bahnhof ist es ein Fußmarsch von knapp 10 Minuten zum Audi-Bau. Wie wäre es stattdessen mit der Straßenbahn vom Hauptbahnhof nach Pölbitz zu fahren? Ach ja, richtig. Straßenbahnen fahren den Hauptbahnhof ja gar nicht mehr an. Und die Vogtlandbahn? Glückssache, wenn mal eine ins Zentrum fährt. Seit dem Winterfahrplan ist die Zahl der Verbindungen sehr überschaulich geworden. Eine Alternative wäre die Buslinie 10. Sie fährt innerhalb von 11 Minuten vom Hauptbahnhof nach Pölbitz zur Haltestelle Kollwitz-Gymnasium. Von dort aus ist der Weg zu Fuß ein klein wenig kürzer, als wenn man mit der Bahn nach Pölbitz gefahren wäre. Um die Busverbindungen zu nutzen, muss der Reisende den Hauptbahnhof für den Umstieg aber verlassen. Wer öfter mit der Bahn fährt, kennt diesen Ausblick nur zu gut. Schön ist er nicht. Aber das ist ja ein altbekanntes Thema. Aber das ist ja ein altbekanntes Thema. Und das ist ja ein altbekanntes Thema. Also, es ist ja ein altbekanntes Thema.